und herzlich willkommen bist du in eine afrikanisch europäische beziehung bist du in einer beziehung mit einem afrikaner oder mit einer afrikanerin oder bist du dabei dich zu verlieben in einen afrikaner oder eine afrikanerin oder eine europäer oder eine europäerin hast du dich mal gefragt warum es keine anleitung gibt um die besondere herausforderungen zu machen die sich in dieser besonderen beziehungen ergeben dann habe ich etwas großartiges für dich mein name ist wissenslehrer danse danse ich bin coach seit über 15 20 jahren in afrikanischen europäischen beziehungen ich habe weltweit menschen geholfen probleme zu lösen auch probleme die aussichtslos waren und sie leben heute glücklich erfüllt du kannst es auch du kannst es auch schaffen wenn du weiterhörst was ich dir in diesem video sage und wenn du danach diesen kurs den ich dir anbiete buche und lernst du wirst eine neue beziehung ab heute erleben du kannst glücklich sein in dieser afrikaner europäische beziehung du bist vielleicht gerade in einer beziehung mit einem afrikaner oder eine afrikanerin du bist vielleicht gerade verliebt in einen europäer oder eine europäerin dann weißt du genau wie diese beziehung ist sie kann sehr feurig sehr emotional sehr liebevoll sehr erotisch sein aber diese beziehungen sind auch sehr herausfordernd mein name ist wissenslehrer oder meister danse danse ich coach seit über 15 20 jahren die nationale paare und besonders afro europäische paare damit sie in ihrer beziehung glücklich werden und glücklich sind gott sei dank mit sehr viel erfolg und mit der zeit habe ich festgestellt dass es immer mehr menschen gibt gibt immer mehr menschen die in solche konstellation leben und brauchen hilfe weil diese beziehung ist wie gesagt sehr herausfordernd bedingt durch die unterschiede in der kultur viele haben mir dann gesagt oder gebeten meine wissen meine tipps die so viel menschen geholfen haben so viele beziehungen gerettet haben sogar in fehler in aussichtlosen fehler in fehler wo man 100 prozent sagen könnte es kann nicht klappen sogar love scamming die zu liebe geworden ist starke liebe oder diese älteren frauen die jüngere afrikaner kennengelernt haben und dachte er ist er ist nur wegen geld da und am ende festgestellt haben dass man alles das in liebe umwandeln kann ja dann haben diese leute gesagt viele meine kunde viele freunde warum kannst du das nicht in einem book dieses wissen vermittelt damit mehr menschen helfen geholfen werden weil du kannst nicht überall sein da ich in der letzten zeit immer weniger zeit habe einzelne menschen zu kochen bin ich dann zu der idee gekommen dass es zeit jetzt zeit ist besonders weil es immer mehr menschen gibt die in in solchen konstellation leben gibt es immer mehr paaren mehr afro europäische paare dann war die zeit gekommen dass ich mehr menschen helfe in einer art beziehungsweise so dass sie auch mit wenig geld ihre beziehung retten oder sanieren können ich spreche von sanieren das hat eine sinn das hat eine bedeutung auf jeden fall ist meine kurse meine kurse ist sehr teuer für viele und ich habe dann überlegt wie kann ich diese ganze wissen diese ganzen tips und tricks vermitteln damit weltweit egal wo du bist oder egal wo ihr sagt dass ihr eure beziehung rettet dass ihr eure beziehung aufbaut dass ihr eure beziehung saniert dann bin ich zu dieser idee gekommen kurse kurse zu machen kurse zu veranstalten für euch stell dir mal vor was du damit verdienen was du damit verdienen was du damit gewinnst mit dieser kurse du spart über 5000 euro über 5000 euro wenn du in ein coaching kommst für 250 euro für 45 minuten das was du in diese kurse bekommst sind über 30 stunden arbeit die ich dir so gebe für so wenig geld damit weil ich möchte dass es dir dass es euch gut geht afro europäische beziehungen können sehr schön sein aber viele machen der fälle von anfang an solche konstellation solche beziehungen als normale beziehungen beziehungen normal ist anführungszeichen normal aber als intranationale beziehungen zu sehen aber das stimmt nicht diese beziehung kann nicht ohne eine gute beratung wirklich richtig richtig erfolgreich sein daher ist es wichtig für dich wenn du in einer dieser beziehung bist und vielleicht gerade erlebt sehr viele schwierigkeiten sehr viele missverständnisse und du weißt gar nicht woran das liegt du bist was verrückt über die sache du probiert ihr probiert und jedes mal klappt es nicht dann liegt der vielleicht an dieser nicht mal vielleicht dann liegt an einem oder mehreren problemfelder die ich dir in der kurs 1 erkläre dieser kurs 1 ist die basis von alles er ist sehr wichtig dass du diesen kurs 1 unbedingt 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 lest und lernt um zu verstehen warum deine beziehung so ist wie es ist und wenn du gerade am anfang bist und geht gerade eine beziehung mit einem afrikaner oder mit einer afrikanerin an ist es sehr 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 wichtig das ist gerade die zeit diese kurs jetzt sofort zu buchen und zu lernen wenn du lernst wo die problemfelder die manchmal anfangen die anfangen sind aber die die uns auch immer überrascht wirst du deine beziehung vielleicht retten und du wirst vielleicht nie in diese schwierigkeit kommen die viele afro-europäische der kurs 2 sind die lösungen das ist wunderbar du bekommst lösungen detaillierte lösungen zu allen problemen sagt er probleme mit treue sagt er probleme mit erwartete familie sagt er probleme mit gefühlen sagt er probleme mit wenig reden der afrikaner oder viel reden der europäer das ist eine bahnbrechende kurs damit du ein erfülltes leben in dieser schönen schönen afrikaner beziehung form von liebe glücklich bist er ist möglich glücklich zu sein in dieser beziehung vorausgesetzt du lernst was ich dir in diesen zwei kurse vermittele solche kurse gab noch nicht solche kurse gab noch nicht solche kurse gab noch nicht man liest viel im internet anfang unqualifizierte ratschläge aber jetzt bekommst du ich bin von einem der die beide seite gut kennt ich habe diese beziehung erlebt ich habe Kinder von solchen beziehungen ich habe auch die paar therapie lehrer von beider seiten gelernt und ich kenne sehr gut die europäische und die afrikanische kultur ich lebe seit fast 30 jahren in deutschland und ich bin autor von über 150 büchern auch in deutsch deswegen glaube ich dass ich dir helfen kann ich kann dir helfen fangend an mit dem kurs 1 unbedingt du darfst nicht mit dem kurs 2 anfangen ohne den kurs 1 zu lernen und das ist die basis für eine glückliche die afrikaner ich freue mich dich zu betreuen ich freue mich dir zu helfen ich würde mich noch sehr freuen wenn du mein Wissen dazu beiträgt dass du und dass ihr glücklich seid kauf dir jetzt diesen kurs und verändere den lauf deiner beziehung heute schon das ist ein versprechen ich kann dir 100 prozent sagen du wirst die sachen nicht wieder so sehen wie du heute getan hast du wirst sehr viele sachen verstehen wofür du deine kauf zerbrochen zerbrochen hast es ist die beste gelegenheit für menschen in afro europäische beziehungen so etwas zu bekommen in viele andere art von beziehungen gibt es sehr viele ratgeberbücher aber diese spezielle art von beziehungen afrikanisch europäische beziehungen gab tipps und tricks nur im internet von menschen die nur aus ihren gefühlen und ihre emotionen redete aber keine fuck ratschläge erstmalig bekommst du einen bahnbrechenden kurs und wissen dass deine beziehungen verändert werden die afrikanisch europäische beziehung ist eine tolle beziehung wenn 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 du diese kurs bekommen hast und gelesen hast und davon gelernt hast was der tanz besonders für dich ein coaching bei mir kostet um die 300 euro pro einheit pro stunde um diese kurs 1 kostet dir nur 149 99 euro diese kurs persönlich bei mir hätte du für diesen kurs über fast 5000 euro bezahlt aber ich biete dir das an für eine sehr eine geringe summe damit du es auch schaffst allein und coach zu hause deine beziehungen probleme mit afrikanern oder mit afrikanern oder mit europäern oder europäern zu beseitigen du kann es auch tun du brauchst keinen coach mehr wenn ein problem entsteht guck nur das kapitel und liest was in diesem kapitel steht dazu und dann kannst du alles erledigen ganz allein für nur 149 Euro. Über 4850 Euro sparst du. Das ist mein Geschenk für dich. Das ist meine Liebe für diese Afro-europäische Beziehung, weil ich auch Afrikaner bin, weil ich auch das erlebt habe, weil ich mich auch kenne und weil ich wünsche, dass es euch, dass es dir und euch gut geht. Das ist mein Geschenk für dich.